Willkommen. Herr Precht, mit einem Ökonom, einem Spitzenmanager und einem Philosoph über Essen zu reden, kann das überhaupt gut gehen? Ach, das kommt in meinem Leben gar nicht so selten vor. Und insgesamt sind Gespräche zwischen Ökonomen und Philosophen etwas, was a sinnvoll ist, b erhellend und c in dieser Gesellschaft viel zu selten vorkommt. Geht das Ihnen auch so? Wie viel Platz ist für die Philosophie in der Ökonomie? Ich würde sagen, in der heutigen Zeit viel zu wenig. Uns geht eigentlich die philosophischen Grundlagen aus. Wir sprechen heute fröhlich über Kapitalismus und so weiter und so fort. Und wir müssen aber dabei verstehen, dass es den Kapitalismus als solchen überhaupt nicht gibt, sondern der muss ja in ein Wertesystem eingebaut sein. Dann habe ich einen, zum Beispiel Marktkapitalismus oder ich kann einen haben, einen inklusiven Kapitalismus und so weiter. Und dieser Teil, der Teil des Spirituellen, der Teil der Philosophie, der fehlt uns heute auf Hochschulen, auf Universitäten und daher ist diese Wirtschaftslehre meiner Meinung nach etwas so abgehoben und der fehlt ein bisschen an Geist. Versuchen wir es am Beispiel der Ernährung, und das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, ein bisschen festzumachen und auf den Teller zu holen vielleicht, wenn wir über Essen reden, Herr Brecht, dann versuchen wir das manchmal so mit moralischen Attributen zu versehen. Wir reden über gutes Essen, über richtiges Essen, in der umfassenden Bedeutung dieser Worte. Kann das überhaupt gelingen? Naja, es kommt darauf an, was man sich davon verspricht. Also man kann sich sicher ethisch eher besser oder ethisch eher schlechter ernähren, das würde ich schon sagen, ohne dass ich jetzt da mit holzhackerischer Sicherheit irgendeine Grenze ziehen könnte. Und das ist übrigens auch nicht notwendig. Also es kommt nicht darauf an, dass man jetzt ganz, ganz genau weiß, wo die Grenze ist, sondern man kann sich natürlich darum bemühen, es ist ohne Zweifel ethischer, wenig oder kein Fleisch zu essen. Es ist ohne Zweifel problematischer, Fleisch aus Massentierhaltung zu essen. Und zwar nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus ökologischen und ökonomischen Gründen. Aber Essen scheint mir ist ja irgendwie ein einziges moralisches Dilemma. Das beginnt ja schon früh in der Kindheit. Wollen wir jetzt mal das Säuglingsalter aussparen, obwohl es da auch schon ein Zugebesprechen gäbe. Aber bei Kindern wird dann oft gesagt, zumindest noch in unserer Generation, wenn sie nicht aufessen, du musst aufessen deinen Teller, weil in Afrika sterben Kinder. Ist das absurd oder ist das eigentlich konsequent, solche Bilder gegeneinander zu stellen, weil es nämlich die Bandbreite der Problematik beinhaltet? Ja, da fragen Sie genau den richtigen. Ich habe jetzt meine Adoptivgeschwister aus Vietnam und wir mussten unsere Teller aufessen. Und zwar mit äußerster Gewaltandrohung. Das wurde bei uns ganz, ganz ernst genommen. Und jetzt saßen zwei Kinder aus der dritten Welt, meine Geschwister waren mit am Tisch und die mussten das auch aufessen. Also da wurde das Ganze sozusagen schon fast eine makabere Veranstaltung. Also ich würde niemanden zwingen, sein Essen aufzuessen, aber ich würde Kindern einen sehr sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln antrainieren, beziehungsweise ihnen klar machen, dass es sich hier aber um eine sehr sensible Angelegenheit handelt. Wenn man Kinder zwingt, alles und um jeden Preis aufzuessen, führt das dazu, dass sie am Ende nichts mögen. Das ist jedenfalls bei mir dabei herausgekommen, dass die Anzahl der Lebensmittel, die ich nicht gerne esse, groß sind, weil ich viele unter Zwang habe, essen müssen. Also eine richtig gute Erziehungsidee war das nicht. Wie sehen Sie das? Haben Sie das gehört in Ihrer Kindheit? Ja, ich glaube, alle die, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, haben sicherlich das gehört, dass du nichts am Teller lässt, weil wir ja in einer Wirtschaftslage gewohnt haben, wo wirklich ein Stück Brot noch einen Wert hatte. Und oft war halt nicht mehr wie ein Stück Brot und vielleicht ein bisschen Butter dazu oder in Kärnten ein Sterz. Und das war es ungefähr. Aber ich bin absolut der Meinung, dass das in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht die richtige Linie ist. Denn erstens einmal, würde ich sagen, ist die erste Verantwortung der Eltern, dass sie, wie gesagt, das richtige Essen für die Kinder aussuchen, dass das variiert ist. Und dass sie auch die Quantität aussuchen. Und es ist wahrscheinlich viel besser, dass wenn sie Kleinkindern am Anfang weniger auf den Teller legen und dann vielleicht noch einmal etwas nachgeben, wenn das Kind das will, anstatt dass man ihnen so einen Teller vorlegt und dann anschließend sagt, du musst das Zeug runterschlucken, ob du willst oder nicht. Also ich glaube, in der Beziehung ist von der Erziehung her heute ein anderer Anspruch da, als er da war in den 40er und 50er Jahren. Wenn man an der Spitze eines Weltkonzerts wie Nestlé steht, überblickt und versorgt man ja ganz unterschiedliche Weltgegenden mit ganz unterschiedlichen Prioritäten und Themen, was das Thema Ernährung betrifft. Also wenn wir jetzt hier von unserer westlich sogenannten zivilisierten Welt reden, dann sprechen wir von Überfluss, von Lebensmittelverschwendung. Wir fressen uns zu Tode oder zumindest krank. Wenn man in eine ganz andere Welt gegenblickt, Afrika oder andere sogenannte Drittweltländer, dann geht es um Unterernährung, es geht um den Skandal des Hungertods. Gibt es da für Sie überhaupt so etwas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Also ich würde sagen, wenn Sie sich die Geschichte der Lebensmittelindustrie anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Lebensmittelindustrie als ihr Paradigma die Versorgung mit genügend Kalorien der Bevölkerung als Aufgabe hatte. Und es wäre ohne die Lebensmittelindustrie nicht möglich gewesen, dass es zu der Urbanisierung gekommen ist, so wie wir es ja heute haben und so weiter und so fort, weil Sie einfach eine Stadt nicht mit Lebensmitteln versorgen können, wenn Sie nicht diese Lebensmittel haltbar machen, wenn Sie sie nicht transportfähig machen und so weiter und so fort. Was interessant ist und wo dieses Paradigmen umgestellt hat, war, dass für 200 Jahre lang, je mehr Sie der Bevölkerung mehr Kalorien gegeben haben, die Lebenserwartung gestiegen ist. Also wenn Sie sich in Europa anschauen, hatten wir im Jahr 1800 ungefähr eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Und Sie nehmen die Kurve, wie die Bevölkerung mit Kalorien versorgt worden ist. Und je mehr Kalorien die Bevölkerung bekommen hat, umso länger war auch die Lebenserwartung. Bis zu einem Punkt. In dem Punkt nämlich, wo plötzlich mehr Kalorien die Lebenserwartung verkürzt. Das war der Paradigmenwechsel. Das war ein riesiger Paradigmenwechsel für eine Industrie. Die wurde noch beschleunigt dazu, dass natürlich auch die Arbeitsintensität viel geringer geworden ist. Es ist immer ein Unterschied, ob ich als Holzknecht draußen im Winter Bäume schlage oder ob ich die gleichen Stunden vor dem Computersitz in einem geheizten Raum sitze. Also diese beiden Phänomene haben das Ganze plötzlich umgedreht. Das klingt eigentlich nach einer einfachen Lösung, oder? Alles zu viel, einfach weniger. Das heißt, Ernährungsweisen sind gar nicht so sehr das Thema, sondern der Überfluss ist das Problem und die Maßlosigkeit. Das ist ja das Einzige. Das ist ja ein sehr komplexes Phänomen. Und ich glaube, so haben Sie das ja auch nicht sagen wollen. Also neben der Kalorienversorgung gab es natürlich einen zweiten Grund dafür, dass die Menschen älter geworden sind. Und das ist die gewaltige Entwicklung der medizinischen Forschung. Also beides spielt miteinander zusammen. Das spielt eine große Rolle. Und es ist so, dass wir uns natürlich angewöhnt haben, die Dinge auch im Laufe der Zeit immer mehr herzustellen, immer günstiger herzustellen. Und Lebensmittel sind auch im Laufe der Zeit immer günstiger geworden. Und da sind wir genauso wie bei dem immer mehr, sind wir bei dem immer günstiger heute an einer Art Scheidepunkt. Dass wir uns fragen, müssen wir tatsächlich alle Lebensmittel immer günstiger herstellen? Das Gleiche würde im Übrigen auch für Textilien gelten. Also wenn ein T-Shirt 5 oder 10 Euro kostet, dann hat das irgendein Kind in Sklavenarbeit in Bangladesch hergestellt. Und die Frage ist, können wir das eigentlich mit unserem Gewissen wirklich vereinbaren? Und dasselbe ist, wenn heute ein Bauer, der Massentierhaltung betreibt, maximal 6 Euro an einem Schwein verdient, was er vom Ferkel auf an aufgezogen hat bis zum fertigen Schwein. Und wenn er Pech hat und die Marktpreise sind anders, weil spekuliert wird, dann verdient er vielleicht nur 1,50 am Leben eines ganzen Schweines. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist dieser globale Weltmarkt mit seiner ökonomischen Vernunft, der als einziger über die Preise wacht, ist das in Ordnung? Oder müssen wir irgendwo umsteuern und sagen, hier ist ein Punkt erreicht, wo wir sagen, das wollen wir nicht mehr? Wie sehen Sie das? Da sind Sie ganz direkt angesprochen. Nestlé da immer wieder natürlich auch als Weltkonzern in der Kritik mit unterschiedlichsten Kritiken konfrontiert. Aber ist das eigentliche Problem sozusagen, der eigentliche Firmenzweck, nämlich auch Fertignahrung herzustellen? Das geht nicht jetzt darum, Fertignahrung herzustellen. Ich glaube, die problematische, die aufgezeigt wurden, ist es absolut korrekt. Wir können als Konsumenten nicht eine einzige Motivation haben, dass wir heute für einen Huhn nur mehr einen Euro zahlen und dann nebenbei sagen, ja, aber das ist unmoralisch, dass dieses Huhn in einem Hege-Extern ist. Aber das ist ein Teil unserer Konsumentengesellschaft, wo in Deutschland ja zum Beispiel das große Motto war, Geiz ist geil. Ja gut, wenn Geiz geil ist, dann kommen genau diese Sachen zustande, von denen Sie sprechen. Während hingegen, wenn Sie sagen, ich bin interessiert an einer guten Ernährung und ich bin gewillt für diese gute Ernährung, auch etwas mehr zu zahlen, dann ist das eine ganz andere Konsumenteneinstellung. Aber dann wird die gute Ernährung das Privileg für diejenigen, die es sich leisten können. Ich glaube nicht, das ist ein Problem. Das stimmt natürlich, dass Sie, wenn Sie sich heute anschauen, wie viel ein Haushalt in Europa heute für die Ernährung ausgibt, dann ist das natürlich kein Vergleich mit dem, was ein Haushalt in einem Entwicklungsland ausgibt. Oder wir früher ausgegeben haben. Früher haben wir auch 70 Prozent vielleicht des Einkommens für das Essen ausgegeben. Heute sind wir unten auf 10 Prozent. Und das, wenn wir noch den Wein dazurechnen und so weiter. Aber wenn Sie sich wirklich anschauen, was wir gewillt sind auszugeben für die Ernährung, dann ist das meiner Meinung nach schon sehr beunruhigend. Gute Sache ist, das erste Mal sehe ich, zumindest in den USA, die Millennials, die sind die erste von den Generationen, die ich jetzt beobachten konnte in meinen 50 Jahren als Wirtschafter, die gewillt sind, mehr zu zahlen für ein höherwertiges Produkt. Aber das ist das erste Mal. Und das ist derzeit noch, ehrlich gesagt, in Europa finden Sie die noch nicht. Ist das eine Frage der Generationen oder eine Frage des sozialen Status und der finanziellen Möglichkeiten? Es ist sicher eine Frage von allem drei. Aber eines muss man ganz grundsätzlich dazu sagen. Sie haben ja völlig richtig gesagt, dass die Menschen heute für Lebensmittel nur noch 20 Prozent oder so was ihres Einkommens ausgeben. Es gab mal Zeiten, da waren das 70 bis 80 Prozent. Und das heißt mit anderen Worten, auch jemand, der ein sehr geringes Einkommen hat, kann sich ethisch und gesund ernähren. Es ist also nicht so, als ob das völlig ausgeschlossen ist. Und zum anderen fände ich es natürlich gut, wenn die Fleischpreise steigen würden. Weil, wissen Sie, es gibt kein Anrecht auf billiges Fleisch. Das ist nicht so, als ob das jetzt ein verfassungsmäßig festgeschriebenes Ziel wäre. Und ich glaube, in dem Moment, wo man etwas seltener macht, das gilt auch für die Flugreise auf die Bermudas, wo ein gewaltiger CO2-Ausstoß bei weggeblasen wird, in dem Moment, wo man das nur noch selten machen kann, da ist es auch wieder was wert. Also ich glaube, dass es sozusagen dem Glück nicht abträglich ist, wenn man nur noch einmal in der Woche einen Sonntagsbraten isst, statt jeden Tag bei McDonald's Fleisch. Und daher glaube ich, dass dieses Argument vorgeschoben ist. Es wird also immer, wenn man als Besserverdienender das sagt, wird dann sagt, ja, Sie können sich das leisten und so weiter, deswegen sind Sie dafür. Dieses Argument zieht aus zwei Gründen nicht. Der eine Grund ist, es gibt ziemlich viele Meinungsumfragen zu dem Thema, wo man immer geguckt hat, nach Einkommen geschichtet. Also würden Sie die Massentierhaltung abschaffen. Und dann sehen Sie keinen Unterschied bei den Leuten, die unter 1.000 Euro in der Tasche haben und denen, die über 10.000 in der Tasche haben. Es ist nicht so, dass jetzt diejenigen mit weniger Geld die Massentierhaltung behalten wollen. Das wird aber zuletzt vom deutschen Landwirtschaftsminister immer wieder gesagt und gesagt. Und eigentlich vertritt man damit nicht die Interessen von Hartz-IV-Empfängern, die dann weniger Fleisch essen können, sondern die Interessen der bestehenden landwirtschaftlichen Intensivverhaltung. Wer hat den Schlüssel in der Hand, das zu verändern? Die Verbraucher haben den Schlüssel in der Hand, aber nicht alleine. Ich habe mir viele Gedanken in meinem Leben auch zu anderen Fragen gemacht. Wann kommt es zu gesellschaftlichen Veränderungen? Also geht das immer von unten aus oder macht man das von oben? Und tatsächlich gibt es immer dann gesellschaftliche Veränderungen, wenn es eine Art Zange gibt. Also wenn sowohl von unten die Impulse ausgehen, wie wenn das von oben sensibel aufgenommen wird und mithilfe entsprechender Gesetze geregelt wird. Also wir brauchen beides. Wir können nicht sagen, das muss der Markt allein entscheiden, wenn wir reden über Ethik. Ethik ist nicht etwas, wo wir grundsätzlich sagen, das muss der Markt allein entscheiden. Dann würden wir sagen, Kinderarbeit ist in Ordnung, weil es bestimmte Dinge gibt, die Kinder besser machen können. Früher in England in die Bergwerksstollen reingehen, da sind die Kinder gut geeignet, weil die so klein sind. Die sind dann gestorben, wie die fliegen, war aber ökonomisch sinnvoll. Da haben wir nicht gesagt, ab einem bestimmten Punkt haben wir das nicht mehr dem Markt überlassen. Moralische Fragen sind keine reinen Marktfragen, werden aber in der Landwirtschaft so behandelt. Und diese Sensibilität müssen wir schüren und natürlich müssen wir hoffen, dass wir Politiker bekommen, die die ernst nehmen. Herr Brabeck, Sie sind im Laufe Ihrer fünf Jahrzehnte langen Karriere mit sehr vielen verschiedenen moralischen Kritikpunkten konfrontiert gewesen. Welche davon hat jetzt rückblickend betrachtet und je weiter Sie sozusagen auch vom operativen Geschäft weg sind, die Unternehmenspolitik nachhaltig verändert? Wo Sie sagen, das war eine Kritik, die war berechtigt berechtigt und die hat unser Denken und unser Tun als Konzern tatsächlich verändert? Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir über die Jahre hinweg bewusster geworden sind, dass unser Wachstumsmodell, so wie wir das noch immer heute haben, im großen Teil der, vor allem der westlichen Welt, aber eben nicht nur, dass dieses Wachstummodell nicht langfristig haltbar ist. Sie müssen von der Menge zur Qualität umsteigen. Das ist das, was ich früher sagte mit den Kalorien. Die Zukunft einer Lebensmittelfirma, meiner Meinung nach, kann nicht mehr darin bestehen, dass wir noch mehr Kalorien zu noch günstigeren Preisen anbieten können, sondern wir müssen diesen Schritt machen, dass wir jetzt weniger Kalorien, aber bessere Kalorien den Konsumenten anbieten können, zu einem höheren Preis. Das ist ja eigentlich der Grundgedanken Ernährung für ein besseres Leben, dass wir uns von diesen mengenmäßig loslösen. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir dieses Modell, das wir heute haben, ist viel zu ressourcenintensiv. Wir verbrauchen heute in der westlichen Welt vier Planeten. Vier Planeten jedes Jahr. Das geht nicht. Wir verbrauchen heute schon 30 Prozent mehr Wasser, als es nachhaltig ist. Wo geht das Wasser hin? In die Landwirtschaft und innerhalb von der Landwirtschaft, wo es geht hin? In die Viehzucht. Sie brauchen für eine Kalorie aus einer Pflanze einen Liter Wasser. Sie brauchen für eine Kalorie vom Tier zehn Liter Wasser. Also wir trinken fröhlich vielleicht vier, fünf Liter Wasser am Tag und wir essen, wenn wir in der Atexana sind, sechseinhalbtausend Liter Wasser, nur weil wir so viel Fleisch essen. Das ist auch ökonomisch nicht erhaltbar, das ist meiner Meinung nach ökologisch nicht erhaltbar und das ist moralisch nicht erhaltbar. Und auch nicht gesund. Und außerdem ist es nicht gesund. Der Fleischkonsum ist eines Ihrer zentralen Themen in den Tieren denken oder eines der Themen in den Tieren denken. Sie zitieren da sinngemäß Christian Morgenstern, der sagt, wenn die Menschen, die das Fleisch essen, selber töten müssten, dann hätten wir lauter Pflanzenesser. Es steckt sozusagen da der Kern drinnen. Wenn wir es nicht nur begreifen, nicht nur wissen, sondern auch begreifen würden, wie Fleisch produziert wird, wie Lebensmittel produziert werden, wenn wir einen Bezug hätten zu den Dingen, einen unmittelbaren, dann würden wir ganz anders behandeln. Ohne jeden Zweifel. Also wenn Sie jedes Tier, was Sie essen, eigenhändig umbringen müssten, dann würde bei den meisten Menschen nicht so viel übrig bleiben. Es gäbe da ein paar Ausnahmen, denen würde das Spaß machen, aber das sind nicht so viele. Und die allermeisten Menschen könnten das nicht. Also abgesehen, dass sie technisch das nicht können. Es ist nicht so einfach, ein Schwein umzubringen. Aber nein, die meisten Menschen würden das nicht mehr tun. Ich meine, es würde auch völlig ausreichen, wenn Sie eine Schlachthofbesichtigung machen und anschließend die Leute zu einem blutigen Steak einladen, dann würden 90 Prozent von denen hätten erstmal keinen Hunger. Aber wir können das natürlich verdrängen. Und nun ist ja die Fähigkeit, Dinge verdrängen zu können, nicht verkehrt. Also wenn ich jeden Tag darüber nachdenke, wie viele Kinder in der Welt verhungern und so weiter und so weiter, dann werde ich an der Welt irre. Also insofern ist die Fähigkeit zu verdrängen an sich nicht ganz falsch. Allerdings ist es die Frage, ob wir gerade ausgerechnet diese Dinge so sehr verdrängen sollten. Und die meisten Menschen, also wenn sie Umfragen machen, sagen ja, sie sind gegen Massentierhaltung. Also die Mehrheit ist ja da. Das Problem ist nur, dass wir ein ökonomisches Modell haben, das zu mehr als 90 Prozent bei uns in Deutschland aus landwirtschaftlicher Intensivhaltung, also aus Massentierhaltung besteht. Also aus Agrarfabriken, die übrigens nicht für Deutschland produzieren, sondern für einen Weltmarkt. Deswegen sind es Agrarfabriken. Vor 30 Jahren hat die deutsche Landwirtschaft für Deutschland produziert. Seit wir für den Weltmarkt produzieren, und da gehören wir zu den ganz Großen und Starken auf diesem Weltmarkt. Seitdem werden die Ställe immer größer und die Massentierhaltungsbedingungen werden natürlich immer fürchterlicher, weil wir sonst diese Preise nicht liefern können. Und jetzt kommt was ganz Schlimmes. Selbst wenn die Menschen das alles sinnlich spüren würden, und wenn sie sagen würden, mehrheitlich wir werden Vegetarier in Deutschland oder in Österreich, gäbe es die gleichen Tierfabriken noch immer. Weil die nämlich nicht Deutschland beliefern, sondern weil die die ganze Welt damit beliefern. Das heißt, noch nicht mal die Sensibilisierung, die so schön ist und die gerade auch wahnsinnig toll voranschreitet, würde das gegenwärtige ökonomische Modell tatsächlich zum Älchsten bringen. Das heißt, die Verantwortung liegt bei den Konzernen? Naja, das ist immer schwierig zu sagen. Oder ist das zu einfach? Das ist zu einfach. Das will immer auch die Konzerne schimpfen und sagen, die Politik soll es regeln. Also der Sinn eines Agrarfabrik oder eines Konzerns, der überall Agrarfabriken baut, das sind ja zum Teil sehr große Unternehmen, besteht einfach darin, Gewinne zu machen. Und derjenige, der das führt, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, ist ein Aktionären verantwortlich. Der ist nicht der Moral verantwortlich. Und da gibt es ganz häufig, und das erleben Sie auch in anderen Geschäftsbereichen, eine große Bewusstseinsspaltung zwischen dem, was man eigentlich persönlich moralisch gut findet und zwischen dem, woraus das Geschäftsmodell besteht. Und meistens nach dem zweiten Wein kommt ein Topmanager auf Sie zu und sagt, naja, ich weiß, eigentlich ist das nicht in Ordnung, aber wissen Sie, mein Gott, in zwei Jahren bin ich da raus. Es ist jetzt der erste Wein, Herr Brabeck. Wie geht es Ihnen mit dieser Spaltung zwischen der Persönlichkeit und des Privaten? Ich würde nochmals auf Ihre Frage zurückkommen. Ich bin mir nicht so sicher, dass wenn die Menschen selbst die Tiere töten müssten, dass sie deshalb aufhören würden, Fleisch zu essen. Ich glaube, sie hätten ein viel verantwortungsvolleres Verhältnis zu diesen Tieren. Ich glaube, wir wären eben, das wäre für mich die beste Art und Weise, gegen die Massen, Tierhaltung und so weiter zu kämpfen. Weil, Sie sehen das ja bei einem Jäger. Also man kann den Jägern alles vorwerfen, aber den Respekt, den die Jäger, die ich kenne, den Tieren gegenüber haben, das ist ja fast ancestral. Wir hatten ja, Sie schreiben das ja sehr nett in Ihrem Buch, wie eigentlich die alte Bevölkerung, welchen Respekt sie vor diesen Tieren hatten. Wenn sie ein Tier geschossen hatten oder wenn sie ein Tier getötet haben, dann haben sie es noch zum Teil rituell hergebracht, weil sie Respekt hatten. Und ich habe erwähnt, Markus Zuckerberg, der sicherlich berühmt ist für andere Sachen als für das, hat voriges Jahr ein Wetter mit sich selbst abgeschlossen, dass er nur das ist, was er selbst tötet oder erledigt. Und hat das ein Jahr lang durchgeführt. Und das Verhältnis wird eben ein respektvolleres Verhältnis zu den Tieren. Nur wenn sie keine Ahnung mehr haben, von wo dieser Stück Fleisch kommt und sie sehen das nur in einem Supermarkt so schön abgepackt liegen und dann schauen sie nur noch mal auf den Preis, dann haben sie kein Respekt vor diesen Tieren. Geben Sie uns eine kurze Idee, wie Sie sich ernähren, denn das scheint sehr bewusst zu sein. Sie versuchen nur über einen Zeitraum von sechs Stunden am Tag zu essen. Ich weiß nicht, ob das immer gelingt. Was ist der Hintergrund? Was ist die Idee? Was bringt das? Das kommt von einem alten Medizinmann, den ich schon vor vielen, vielen Jahren einmal getroffen habe. Und der hat mir eine Lebensweise vorgestellt, die für mich sehr, sehr, sehr natürlich war. Er sagt, im Leben solltest du normalerweise zwölf Stunden lang fasten, durch sechs Stunden ungefähr verdauen und sechs Stunden solltest du essen. Und da sage ich, warum? Was hat das? Das geht eigentlich gegen alles das, was man so weit spricht. Ich sage, das ist ganz einfach. Denk an einen Komposthaufen. Dein Magen ist wie ein Komposthaufen. Jetzt, wenn du etwas isst und du tust und das ist noch nicht verdaut und du legst dann wieder ein neues Produkt drauf, was macht der Magen? Der nimmt das Neue und das Alte fängt an zu verschimmeln und ist dann in deinem ganzen Darm drin und verseucht den ganzen Darm. Und er sagt, du musst jeden Tag alles, was du konsumiert hast, erst wieder vollkommen entschlacken und dann erst wieder was Neues essen. Dann kriegst du das Frische. Ansonsten hat das keinen Sinn, dass du sagst, ich hätte frisches Gemüse, aber wenn du dann anschließend den ganzen Komposthaufen noch drinnen hast, wird das auch nicht mehr so frisch. Das war der Grund. Das ist sozusagen ein erweitertes Dinner-Canceling, kann man sagen. Und Sie kommen damit ganz gut durch? Ich habe das jetzt seit über fast 30 Jahren und ich glaube, ich meine, ich bin ja gesellschaftlich verpflichtet, fast jeden Tag zu Abendessen und so weiter. Und ich glaube, ich bin in der Lage, mein Gewicht zu halten, ohne, ohne, und, 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 wie gesagt, also relativ gesund zu essen. In der bevorstehenden Fastenzeit ist das natürlich ein großes Thema. Haben Sie Fastenerfahrung? Nein, habe ich nicht. Also ich komme ja aus keinem religiösen Elternhaus, ich habe das nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die sich unter gesundheitlichem Aspekt über ihre Ernährung wenig Gedanken machen. Also das ist vielleicht, früher haben sich Intellektuelle dadurch gekennzeichnet, dass sie sich verzehrt haben für ihre Arbeit. Es gab mal eine Zeit im 19. Jahrhundert, da wurde kein Dichter ernst genommen, der mehr als 45 Kilo gewogen hat. Also wenn er sich nicht ausgezehrt hat und wenn er keine Tuberkulose hatte und so weiter, und wenn man sich überlegt, wie Intellektuelle wie Brecht oder so was, wie schlecht sie sich ernährt haben und wie unhygienisch sie waren und was weiß ich was, dann kommt mir sozusagen dieser Kult um die Gesundheit aus dieser Perspektive immer ein bisschen spooky vor. Ich bin aber nicht dagegen. Es ist nur so, dass ich ganz persönlich mich für die Ernährung aus ethischen Gründen interessiere und aus gesundheitlichen weit weniger. Und ich würde meine Art, mich zu ernähren, auch niemanden zum Vorbild machen, weil sie sich ja nicht besonders gesund ist. Aber lustigerweise gibt es eine Parallele. Ich esse auch nicht besonders viele Stunden am Tag. Das liegt daran, dass ich bis zwölf oder ein Uhr keinen Hunger bekomme, aber morgens arbeite. Und dieser Zustand, in dem man eigentlich nur so Kalorien über Zucker oder so was zu sich nimmt oder über Koffein, der führt dazu, dass man in einen gewissen intellektuellen Rauschzustand reinkommt. Spätestens in dem Moment, wo man anfängt, was zu essen, also bei mir, der ich eine schnelle Verbrennung habe, wird man müde und träge. Und deswegen, um meine Arbeit zu machen, ernähre ich mich ungesund. Es ist aber interessant, dass Sie sagen, Sie fasten nicht, weil Sie stammen aus keinem religiösen Elternhaus. Diesen Zusammenhang würde nicht jeder mehr heute herstellen. Menschen fasten oder essen irgendwas Spezielles, wie auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Trends, Weisen, Methoden. Man möchte schon fast sagen, Religionen. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass die Religion, ebenso wie übrigens, also die Ernährung und die Liebe sind die beiden großen Ersatzreligionen unserer Zeit. Und das ist nicht so dahergesagt. Das ist tatsächlich so. Also bei der Liebe ist es quasi, dass man die vollendete Akzeptanz und die vollendete Liebe und die Aufmerksamkeit eines Partners bekommen möchte. Das ist ganz neu. Die hatte man früher gegenüber Gott. Dieses Verhältnis, bedingungslos geliebt zu werden, ist eigentlich ein religiöses Verhältnis. Und das hatte nie was mit Ehen früher zu tun gehabt. Und das andere ist, mit der Ernährung ist genau das Gleiche. Man isst, was man isst. Das ist sozusagen der Seelenstoff, aus dem man sich ernährt. Übrigens ein alter Gedanke aus der Vorsokratik, also den schon die alten Griechen 500 vor Christi gedacht haben, Pythagorea und Empedokles und so. Und das gewinnen wir heute wieder zurück. Dass wir das Gefühl haben, wir fühlen uns nicht gut, wenn wir die falschen Stoffe gegessen haben. Und siehe da, man kriegt sofort Allergien, wenn man das Falsche isst und so weiter. Das ist natürlich auch alles eine sehr, sehr hypertrophierte Angelegenheit. Also es ist ein gewisser Wahn um die Ernährung entstanden. Ich würde aber die ethische Frage von diesem Gesundheitswahn abtrennen. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Die ethische Frage ist für mich wichtig. Und einen Kult aus der eigenen Gesundheit zu machen, finde ich sehr, sehr egozentrisch. Also ein Veganer, der aus ideologischen Gründen vegan ist, das sozusagen würden Sie befürworten, positiv sehen. Das heißt, die ideologischen Gründe, also jemand, der vegan ist, weil er keine Tiere ausbeuten will, davor habe ich Respekt. Es gibt auch Veganer, die sagen, sie essen, weil es gesünder ist oder weil es ihnen gut tut. Ja, das darf auch jeder machen. Aber die Folge ist doch, wenn jeder sozusagen seine eigene private Gesundheitsreligion hat, dann kann ich auch niemanden mehr zum Essen einladen, weil der ist das nicht, der ist das nicht, der ist das nicht. Und der Ursprung der menschlichen Geselligkeit, der hat das mit Essen zu tun. Also die Sozialdarwinisten, die behaupten immer, dass die Kooperation und die Geselligkeit der Menschen dadurch entstanden ist, weil niemand allein einen Mammut jagen kann. Und ich würde sagen, das ist nur die halbe Geschichte. Die Geselligkeit ist entstanden, weil auch niemand allein einen Mammut aufessen kann. Und es macht einfach mehr Spaß in Gesellschaft und in Geselligkeit zu essen als alleine. Und wenn in Zukunft jeder seine eigene Privatreligion daraus macht, dann geht genau das verloren, was eigentlich der Sinn von Religion ist, nämlich Bindung und Gemeinsamkeit zu erzeugen. Und deswegen stehe ich sozusagen diesem Kult um die eigene Gesundheit etwas skeptisch gegenüber. Also wenn man heute Gäste einlädt, muss man mal durchrufen, wer verträgt Laktose, wer Gluten, wer isst Fleisch, wer isst kein Fleisch. Kochen Sie denn? Ja, ja, ich koche sehr gerne. Das ist eines meiner Lieblingshovis. Es ist ja so, wissen Sie, was mich am meisten daran beunruhigt ist, dass das eben Fett sind, wie man sagt, das sind Trends und so weiter, die im Großteil jeglicher wissenschaftlicher Basis entbehren. Also es gibt natürlich, gibt es Glutenanfälligkeit, das gibt es, aber das sind ungefähr 1 bis 1,2 Prozent der Menschen. Aber sind nicht gerade diese Moten und Trends für die Industrie ein gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes? Ich sehe nicht, warum mir das viel mehr oder viel weniger, ich muss mich anpassen. Wenn es um die Märkte geht, dann hat man das Gefühl. Natürlich musste ich anpassen. Das ist, wenn heute 20 Prozent oder 25 Prozent der Konsumentinnen glauben, sie sind glutenanfällig und wenn sie jetzt keinen Gluten essen, fühlen sie sich so viel besser, dann ist das ein Placebo-Effekt. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber du kannst dich natürlich als Wirtschaftsmann musst du denen weiterhin das anbieten, was sie wollen. Wenn der Konsument sagt in Österreich, ich will kein GMO, weil das ist gefährlich für meine Gesundheit, auch wenn das ein Humbug ist, dann muss ich es trotzdem in Betracht ziehen, weil letzten Endes wir sind da, um den Konsumenten und ihm das zu liefern, was er will. Aber das hat damit nichts zu tun mit der Wirklichkeit. Das sind Emotionen. Und in unserer Welt leben wir mehr und mehr und mehr von Emotionen und immer weniger und weniger und weniger von der Wirklichkeit. Aber Sie gehen ja beide in Ihren Büchern eigentlich in unterschiedlichen Kapiteln einen Schritt weiter, nämlich lassen uns in die Zukunft blicken. Sie sagen, während wir uns jetzt krank essen, werden wir uns schon sehr bald gesund essen. also die Nahrung, die Lebensmittel werden den Zweck haben, gegen große Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Alzheimer und, und, und vorzugehen. Wie soll denn das konkret funktionieren? Lassen Sie uns einen Blick in die Labors machen? Ich glaube, da brauchen Sie nicht zu sehr in die Labors zu schauen, sondern was, glaube ich, heute fast jeder anerkennt, ist, dass die Ernährung der Türöffner ist für ein gesünderes oder nicht so gesundes Leben. Ich glaube, dass Sie das immer im Großen und Ganzen fast alle einverstanden. Und das ist einmal ein wichtiger Schritt. Das ist eben der Unterschied zwischen einer reinen Lebensmittelfirma und einer Nutritionfirma, dass ich die Qualität dieser Produkte, die ich anbiete, dass die heute qualitativmäßig höher stehen, weil ich weiß, dass ich damit präventiv positiv einwirken kann für ein längeres und gesünderes Leben. Aber da werden doch die in der Schweiz ohnehin sehr nahen Pharmafirmen bereits alle Alarmglocken schrillen. Die Pharmafirmen hatten am Anfang, als ich mit dieser Idee herauskam, leicht gelächelt, würde ich sagen, weil sie sich natürlich gesagt haben, was will denn eine Lebensmittelfirma, die zwar Technologiefirma ist, die ungefähr weiß, wie man Milch behandelt und so weiter, was will die hier uns in diesem Gebiet zeigen? Und ich habe klar gesagt, ich will nicht, und ich glaube auch nicht, dass das richtig ist, dass Nestle irgendwann noch einmal eine Pharmafirma wird. Aber es ist ein großer Bereich, der vor allem präventiv ist, wo wir absolut positiven Einfluss haben auf ein besseres, gesünderes und längeres Leben. Und das können wir erreichen. Das heißt, wie schaut das konkret aus? Sie widmen sich ja speziell der Nutrogenomik, also auch den genetischen Prädispositionen, die es da gibt. Jeder hat dann seinen genetischen Lebensmittelausweis bei sich und bekommt die spezielle Packung? Es geht nicht so sehr um die spezielle Packung. Es geht mir nicht so sehr um das, was Sie essen werden. Da hier glaube ich, das ist vielmehr das Thema von Richard, was wir essen werden und so weiter. Mir geht es, wie wir essen werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also wir arbeiten mit Samsung, wir arbeiten mit Google und so weiter über Diagnostik, weil das Ganze fängt ja an auf der Diagnostikseite. Auf der diagnostischen Seite wissen wir, es gibt drei große Themen, die wir diagnostizieren lernen müssen. Eine ist die Genomik. Da sind wir relativ weit fortgeschritten. Aber ich glaube, die Genomik hat uns auch gezeigt und die Genetik hat uns auch gezeigt, dass es dort sehr viele, sehr viele limitierende Teile gibt. Also so, wie wir das am Anfang geglaubt haben, dass die Genetik der einzige entscheidende Faktor in unserem Leben sein wird, das ist vorbei. Epigenektik ist mindestens so wichtig wie die Genetik. Und wenn Sie zur Epigenektik kommen, dann sehen Sie, dass die Ernährung wahrscheinlich einer der größten Einflussnehmer ist. Dann kommt dazu, natürlich kommt dazu die Luftqualität, die Stresssituationen und so weiter und so fort, alles da alles, die Hygiene und so weiter und so fort. Aber in der Epigenektik ein großer Einteil kommt von Ihrer besseren und nicht Ernährung. Sie sind ja vor einigen Jahren dann selbst an Krebs erkrankt und haben von Ihren Forschern und Wissenschaftlern sich dann eine spezielle Nahrung, Ernährung zusammenmixen lassen. Was haben Sie da bekommen? Nein, ich habe Folgendes gesagt. Ich habe zu meinen Leuten gesagt, ich kann nicht verstellen, wie man in der heutigen Zeit noch eine Krebsbekämpfung hat, die rein, die rein auf dem materialistischen, wissenschaftlichen Punkt der Molekularbehandlung ist. Das Einzige, was wir heute in einer Krebsbekämpfung machen, ist, wir suchen einen Molekularweg und suchen einen Schlüssel und wenn wir den umdrehen können, dann können wir die Krebszellen abschaffen und so weiter. Um zu dem zu erreichen, setzen wir unglaubliche Giftstoffe ein, die, also ich bin davon überzeugt, dass in fünf bis zehn Jahren die Leute sagen, wir waren die Brutalsten, die es auf der Welt gibt. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie einmal, so wie es in meinem Fall am Schluss war, einen Monat lang in einer Immunziele legen und Sie werden total zerstört, total zerstört, Ihr ganzes Immunsystem, nur um Ihnen dann anschließend wieder Ihre alten Stammzellen, die behandelt worden sind, wieder einzuführen und nirgendwo in dieser ganzen Behandlungszeit war irgendjemand, der sich um meinen Körper, um meine Ernährung gekümmert hätte. Niemand. Ein Monat lang, im Prinzip hängst du auf einen Schlauch und kriegst nur noch, weil du kannst ja nichts trinken und so weiter. Und da habe ich zum Einladen gesagt, das geht doch nicht. Wir müssen noch in der Lage sein, dass wir Produkte entwickeln, die eben einem Patienten helfen, sein Immunsystem zu stärken, dass er genügend Kalorien kriegt, dass er nicht den ganzen Muskelschwund hat und so weiter und so fort. Das war das, was ich denen gesagt habe. Das Zukunftsszenario, das Sie zeichnen, und wo Sie sagen, so weit ist es gar nicht mehr in die Zukunft zu schauen, ist das das In-vitro-Fleisch, das ist ein Kulturfleisch. Wie soll das funktionieren? Was ist das praktisch? Ja, also es geht um Folgendes. Vor drei Jahren oder vier Jahren hat an der Universität Maastricht, ein Wissenschaftler namens Mike Post, eine öffentliche Verköstigung gemacht. Und dort haben dann Gourmet-Experten nach dem Rezept eines wunderbaren Kochs einen Burger gegessen. Und dieser Burger ist hergestellt worden, ohne dass dafür eine Kuh sterben musste. Aber es ist echtes tierisches Fleisch. Und das geht dadurch, dass man einer Kuh eine Nackenzelle entnimmt, die in vitro vermehrt und auf diese Art und Weise Tausende von Fleischzellen züchtet. Und wenn man die ordentlich zusammenpackt, dann kann man daraus einen Burger machen oder eine Frikadelle oder das kann man auch eine Wurst tun. So, und auf diese Art und Weise ist also jetzt plötzlich echte tierische Nahrung entstanden, für die fast kein Tier sterben muss. Betonung liegt auf fast, weil ich brauche Kälberserum als Nährlösung für diese Stammzellvermehrung. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, das würde man universell machen, statt Massentierhaltung, dann wäre das ganze Problem, was Herr Brabeck gerade genannt hat, nämlich diese wahnsinnige Energieeffizienz, das Wasser, was das kostet, die Weideflächen, die das kostet für Rinder. Das Problem wäre nicht mehr da. Und das Problem ist groß. Also 60 Prozent des weltweiten Getreideanbaus, einschließlich Soja, wird an Tiere verfüttert. 60 Prozent, kommt also nicht Menschen zugute. 80 Prozent des Wassers in Südamerika wird von Rindern weggesoffen. So, und diese ganzen Probleme, einschließlich Regenwaldrodung, für Agrarflächen und so weiter, wären wir los, wenn wir in der Lage wären, Silos zu bauen, indem wir auf diese Art und Weise Fleisch herstellen. Da würden zwar noch ein paar Tiere versterben, aber es wären Relation zu heute lächerlich wenige. So, und das halte ich, trotz vieler Einwände, die ich inzwischen dafür gehört habe, insgesamt für eine gute Idee. Und zwar nicht als Alternative dazu, auf Fleisch zu verzichten. Das ist nicht die Alternative dazu, Veganer zu werden oder Vegetarier zu werden oder nur noch selten Fleisch essen. Es ist eine Sache, die im globalen Maßstab entwickelt wird. In Deutschland haben wir im Augenblick einen wahnsinnigen Run, einen Boom, und der wird weitergehen. Es wird immer mehr Vegetarier und Veganer geben, weil die Selbstverständlichkeit, Fleisch zu essen, hat diese Selbstverständlichkeit verloren. Aber in China gibt es hunderte Millionen von Menschen, die sich jetzt Fleisch leisten konnten und vorher nicht. Und denen kann ich nichts von Veganertum oder Vegetariertum erzählen. Und es ist im Grunde genommen die Lösung eines ökologischen, ökonomischen Menschheitsproblems, wenn ich das mache. Nicht, weil ich grundsätzlich der Überzeugung bin, es ist immer besser, Technik einzusetzen, als zu verzichten, sondern weil ich sage, je nach Kultur ist mal das eine die richtige Antwort und mal das andere. Damit habe ich mir bei der Öko-Bewegung große Feinde gemacht, weil die meinen, alles was technisch und Lebensmittel ist, ist immer und unter allen Aspekten des Teufels. Herr Barbeck hat aber vorher mal erwähnt, es geht doch so viel heute um Emotionen. Wie passen die da rein in diese Entwicklung? Und gerade das Thema Essen, da geht es ganz viel um Emotionen. Also was die Akzeptanz dieses Kulturfleisches anbelangt, mache ich mir gar keine Sorgen. Also das ist doch eben, ich meine, das fängt am Anfang, ich kann mir diese Entwicklung wunderbar vorstellen. Also dieses Laborfleisch wird entwickelt und dann macht man ein Zertifikat und dann steht drauf, für diese Bulette ist kein Tier gestorben. Das kostet am Anfang sehr viel Geld, weil im Augenblick ist das große Problem, dass die Zellteilung zu langsam ist, als dass man es günstig auf den Markt bringen kann. Das Problem wird sich lösen lassen, das wird in einigen Jahren gelöst sein. Also kann man sagen, in sechs oder sieben Jahren werden in den besonders hippen Gegenden, wird in den Reformhäusern und zwar dieses Fleisch angeboten, ist noch sündhaft teuer. Wer kauft sowas? SUV-fahrende Ökostromkunden. Also Leute, die viel Geld haben und gleichzeitig ein gewisses Ökobedürfnis. Diese Art von Leuten wird das kaufen. Und die werden das auch machen, aber dann werden natürlich, wird die Massentierhaltungslobby, die wird sagen, das ist krebserregend und das ist gefährlich und so weiter und die werden Artikel lancieren. Man weiß, wie sowas läuft. Aber nach einer Zeit wird sich einfach diese Vorstellung durchsetzen, dass die Kinder sich sagen, guck mal, das ist ein Fleisch, dafür hat das Schwein nicht sterben müssen und das Rind nicht und so weiter, weil diese Entwicklung ist in der Gesellschaft im Gange. Und wenn man dann entsprechende Kampagnen macht, nach einiger Zeit werden die gleichen Leute, die jetzt ihr Geld mit Massentierhaltung verdienen, werden in dieses Geschäftsmodell übersatteln. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass das passiert. Und in 15 oder 20 Jahren werden meine, dann Enkelkinder Schlachthöfe besichtigen und werden sagen, guck mal, das war damals noch selbstverständlich. Als Opa 50 war, hat man sowas noch gemacht. Das klingt jetzt ja plausibel, so ein Papier alles nachzuvollziehen, wissenschaftlich belegt. Glauben Sie es wirklich? Ja, ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich, aber es gibt ja verschiedene Wege. Der eine Weg ist immer weniger Fleisch essen. Der zweite Weg besteht darin, Lebensmittel herzustellen, die absolut wie Fleisch schmecken, aber nicht aus Fleisch sind. Da gibt es schon einiges und das ist ein großer Wachstumsmarkt. Das ist auch wunderbar. Also wir haben zwei Fabriken, die machen nur das. Ja. Weil es so gefragt wird oder weil es im Moment angeht ist? Ja, das ist im Augenblick ein Wachstumsmarkt. Das ist ein großer Wachstumsmarkt und das ist Fleisch auf Proteinbasis. So ähnlich wie, wir haben eine Fabrik in Israel, die zweite Fabrik ist in der Tschechei, nicht weit weg von hier. Und diese Produkte sind heute haben ein schönes Wachstumspotenzial vor sich, weil es natürlich immer mehr Leute gibt, die bewusst eben auf das Fleisch verzichten, aber trotzdem gerne einmal ein Schnitzel haben. Und heute würden Sie den Unterschied wahrscheinlich gar nicht Das war ja kürzlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich eine große politische Diskussion, was dann noch Wurst, was dann noch Schnitzel heißen darf. Also wie man die Dinge benennt und begreift. Sie haben ganz angesprochen, Ihre Enkelkinder werden dann die Schlachthöfe als Relikte betrachten. Wie steht es denn überhaupt mit dieser heranwachsenden Generation und ihrer Beziehung zu dem Thema? Also die wachsen ja auf mit einem Schinken, von dem Sie vielleicht gar nicht einmal ahnen, dass das mal ein Schwein war. Die Haustiere, die ihnen vertraut sind, sind Pokémon, sind Angry Birds, die sie irgendwie am Bildschirm jagen. Was tut das? Also es ist natürlich völlig klar, dass die Menschen heute in den Großstädten ein Leben führen und bei den Jüngeren ist es noch extremer durch die ganzen digitalen, virtuellen Welten, das sich ganz, ganz weit von der Natur entfremdet hat. Und der eine oder andere Zuschauer wird jetzt sagen, genau, das ist es doch. Die haben kein natürliches Verhältnis mehr zur Natur. Die sind nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen, deswegen essen die kein Fleisch mehr. Das Problem ist, ein natürliches Verhältnis zur Natur gibt es gar nicht. Also wenn ich in die Kulturgeschichte der Menschheit zurückginge, Sie hatten ja vorhin davon gesprochen, in den alten Wildbeutergesellschaften, in den Religionen des alten Ägypten mit den ganzen Tiergöttern und so weiter, da hatte man das Gefühl, man war selber der gleichen Umwelt ausgeliefert und man war eine Art Schicksalsgemeinschaft. Das waren keine besonders ausgeprägten Fleischesser-Kulturen, weil das war schon ein großer Aktentier zu töten. Das gab es, aber in Ägypten waren fast alle Tiere heilig, das machte man selten und so weiter. Und dann kamen irgendwann diese Ackerbau- und Viehzuchtkulturen, die sich in Israel ausbreiteten, die sich in Griechenland, in Rom ausbreiteten und die unser Verständnis vom Tier geprägt haben, auch die Religionen, in denen das Tier eben nicht mehr heilig ist und keine große Rolle mehr spielt. Und das halten wir jetzt für den normalen Umgang mit dem Tier. Aber mittlerweile sind wir in einer Phase, wo wir uns, bei uns jedenfalls, sehr weit wieder davon entfernt haben und jetzt über den zweiten Bildungsweg, die Sensibilität im Umgang mit den Tieren zurückgewinnen, die frühere Kulturen auch einmal hatten. Und das ist ohne Zweifel eine ethische Höherentwicklung. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Mode ist, sondern ethische Höherentwicklung hat es viele gegeben. Ich meine noch vor 200, 300 Jahren, ach vor 100, waren die meisten Männer der Überzeugung, dass Frauen keine gleichberechtigten Wesen sind. Und wir würden das heute als ein Teil eines Sensibilisierungsprozesses, einer ethischen Höherentwicklung betrachten, dass wir das heute anders sehen. Dass wir Sklaverei bei uns nicht mehr für in Ordnung halten, ist eine ethische Höherentwicklung. Und genauso wird es eine ethische Höherentwicklung zu sein, sozusagen, ich brauche das Schwein nicht für meine Ernährung. Das wird unter furchtbaren Umständen gehalten. Das hat eine blaue Nummer auf dem Rücken. Das kann nichts seiner atypischen Verhaltensweisen ausleben. Es wird sozusagen rein zur Ware gemacht. Es kriegt ein Bolzen in den Kopf geschossen und was weiß ich was. Es muss ja nicht sein. Also hören wir auf mit dem, was wir hinter den Kulissen machen und versuchen uns in eine Gesellschaft zu bewegen, in der wir nicht hinter den Kulissen etwas tun müssen, was wir moralisch definitiv nicht für in Ordnung halten können. Es wird ja immer wieder auch die Idee forciert, Ernährung als eine Art Unterrichtsfach einzuführen. Wie stehen Sie dem gegenüber? Also ich würde sagen, einmal ganz, ganz schnell und dringend sollte Ernährung sein Unterrichtsfach der Medizin sein. Ich verstehe bis heute noch nicht, also da gibt es fast keinen Arzt, der irgendetwas von Ernährung versteht. Oder gehen Sie in ein Krankenhaus, dann ist die Ernährung, das ist ungefähr das Letzte, was kommt. Und für fünf Euro, das kann ich dir geben und mehr sonst nichts. Also dort wäre meiner Meinung nach schon einmal ein Nachholbedarf, dass die Medizin versteht, wie wichtig die Ernährung eigentlich für die Gesundheit ist. Woher beziehen Sie Ernährungswissen? Aus Ihrer beruflichen Karriere oder wie haben Sie sich das angeeignet? Ja, erst einmal viel Interesse. Ich hatte auch den Vorteil oder den Nachteil, wie man will, dass ich sehr lang im Verwaltungsrat von Pharmafirmen tätig war, habe daher auch den Pharma-Teil kennengelernt und je mehr ich nachgedacht habe über Ernährung, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass unsere Pharmaforschung, so wie sie heute ist, vollkommen den falschen Weg geht. Das ist eine reine molekulare Approach, wo der Patient einfach eine Nummer ist. Meiner Meinung nach braucht die Medizin einen holistischen Blickwinkel auf uns. Jeder von uns ist anders, jeder von uns ist verschieden, jeder von uns reagiert unterschiedlich. Wenn ich mir vorstelle, das war eine der Schlüsselerlebnisse, in der Pharma, wenn Sie ein Produkt haben, das 25% effizient hat, dann ist das ein sehr hocheffizientes Medikament. Und dazu lesen Sie aber ungefähr fünf Seiten von Nebenwirkungen. Wenn Sie auf der Ernährungsseite ein Produkt haben, in einem unserer Produkten, von einem billionsten Teil, der einen Krebs produzieren kann, dann dürfen Sie das Produkt gar nicht ersetzen. Stellen Sie mal den Unterschied zwischen der Ernährung, Sicherheit und der Pharma-Sicherheit. Aber wenn Sie doch im Aufsichtsrat sitzen von Pharmafirmen. Gewesen, gesitzen. Vorteil oder Nachteil? Sie haben gesagt, Sie wissen nicht genau, was es war. Ich habe gelernt. Deswegen habe ich gesagt, ich war nicht glücklich mit diesem Approach. Und ich glaube, langsam, langsam kommt es auch auf der Pharma-Seite zur Erkenntnis, dass wir einfach nicht nur ein mechanisches System sind, sondern, dass wir dahinter wahrscheinlich holistischere, etwas spirituelle Teile haben, die einen Einfluss haben. Unser Geist hat sicherlich einen Einfluss, wie wir gegenüber Krankheiten reagieren und so weiter. Und Ihre innere Einstellung spielt sicherlich so viel eine Rolle, als nur das reine Mechanische, wie es heute in der Pharma gebraucht wird. Herr Barbeck argumentiert mehrfach und auch durch seine persönliche Geschichte, dass Ernährung und Gesundheit ganz eng verknüpft sind. Und Sie sagen, Sie beeindruckt das wenig für Ihr Leben. Warum? Vielleicht die Irrationalität, dass ich mich auf meine Gene verlasse. Ich weiß es nicht. Aber ich will nicht dagegen reden. Ich finde alles, was Sie gesagt haben, richtig und sinnvoll. Also ich würde jetzt nicht den Advokaten in irgendeiner Form dagegen machen. Das große Problem in der Ernährung ist, und deswegen gibt es ja auch so viele Ernährungsschulen und Ernährungs-Gurus, dass jeder Stoffwechsel individuell ist. Also ich könnte den ganzen Tag von morgens bis abends Torte essen. Ich würde keinen Gramm zunehmen. Und es gibt andere Leute, die würden unsagbar dick davon werden. Und deswegen ist es immer sehr schwierig, da einvernehmliche Regelungen zu machen. Das hängt ja sehr, sehr von der Stoffwechselphysiologie ab. Und vom Mikrobiom. Da weiß man nicht, welche Spätschäden vielleicht bestimmte Dinge haben können, die man in dem Moment nicht abschätzt und so weiter. Und das macht die ganze Sache natürlich sehr schwer generalisierbar. Verstehen Sie Menschen, die uns jetzt schon seit mehr als 50 Minuten zuschauen und die sagen, das ist alles so wahnsinnig kompliziert und da gibt es so viele Hintergründe. Ich will das alles nicht wissen, Hauptsache es schmeckt und ich kann mir es leisten? Ja, ich kann das verstehen, aber ich glaube, dass das Teil dieser Menschen tatsächlich weniger wird. Und wenn wir jetzt mal über Fleisch essen, also ein Fleisch aus Massentierhaltung, wenn man wirklich gerne Fleisch isst, schmeckt nicht. Also das ist tatsächlich so. Also wer jetzt tatsächlich mal ein sehr hoch qualitatives Fleisch gegessen hat, der weiß, dass das nicht schmeckt. Und ich glaube, das fällt einem eigentlich auch nicht so schwer, dann irgendwann darauf zu verzichten. Also ich glaube schon, dass das geht. Und abgesehen davon ist dieser Umdenkungsprozess in der Gesellschaft längst im Gange. Als ich zum ersten Mal ein Buch geschrieben habe über das Verhältnis von Mensch und Tier 1997, musste ich jedem erklären, was ein Veganer ist. Ich hatte gerade welche kennengelernt in dieser Tierrechtsbewegung. Es gab in Deutschland, wenn man es ganz, ganz hoch rechnet, vielleicht 20.000 Veganer. Heute gibt es über eine Million. Das ist eine gewaltige gesellschaftliche Entwicklung und ich bin absolut davon überzeugt, dass das weitergeht. Sind denn die Reaktionen, 20 Jahre liegen dazwischen, haben Sie gerade gesagt, deutlich anders? Also Sie wurden ja damals 1997 schon sehr kritisiert auch. Sind die Reaktionen oder ist die Toleranz auch heute eine andere geworden? Es ist immer noch ein ziemlich ideologisch vermientes Terrain. Daran hat sich so viel nicht geändert. Also was sich geändert ist, also die Veganer fanden mein Buch früher gut und heute nicht. Weil ich eben jetzt nicht sage, ihr müsst alle Veganer werden, sondern ich sage, hört auf, so viel Fleisch zu essen und wenn ihr richtig gut seid, dann hört er ganz damit auf. Aber ich sage, argumentiere jetzt nicht, mittlerweile sind die Veganer eine Macht. Ich habe mein Selbstbewusstsein ausgeprägt und denken, der Precht hinkt der Entwicklung hinterher. 1997 haben die gesagt, Hauptsache, dass jemand das Thema aufgreift und das Schiff in die richtige Richtung lenkt. Das hat sich verändert. Und was sich überhaupt nicht verändert hat, das ist ein Feld, in dem sich gar nichts verändert hat, das ist die Jagd. Also es gibt zwei Kritiker, die ich habe, das eine sind die Veganer, also nicht alle Veganer, aber einige Veganer und das andere sind die Jäger. Es gibt, die Massentierhalter haben sich nicht beschwert. Die sind froh, wenn man nicht über sie redet. Die Leute, die Tierversuche durchführen, sind auch immer eigentlich eher froh, wenn man nicht über sie redet. Die beschweren sich nicht. Die Jäger schießen sofort zurück. Und von Jägern bin ich mit Adolf Hitler verglichen worden und allem Möglichen und so weiter. Also die schießen immer zurück, aber ich freue mich darauf. Ich hoffe mal demnächst eine Podiumsdiskussion mit Jägern zu haben und ich würde mich gerne duellieren. Sind Sie denn Jäger? Nein, ich bin kein Jäger. Sie sind kein Jäger. Nein, ich bin kein Jäger und ich bin auch kein großer Fleischesser, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber absolut kein Veganer. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das eine gute Form ist der Ernährung. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine ausgeglichene Form das Richtige ist. Aber für mich kommt es immer wieder zurück aufs Gleiche. Die Qualität. Es ist eben ein großer Unterschied und da bin ich vollkommen einverstanden mit dem Projekt. Also wenn Sie sich einmal ein Tier, ich hatte selbst einmal Tiere, zwar relativ klein, herrefort, und wenn Sie sich ein Tier, das in der Freien aufgewachsen ist, wenn Sie dieses Fleisch essen und Sie vergleichen das dann mit einem anderen, dann ist das einfach Tag und Nacht. Das ist kein Vergleich. Deswegen ist für mich die Art und Weise, wie man diese Tiere behandelt, den Respekt, den wir diesen Tieren zollen sollten, das ist für mich der wichtigste Teil. Ich möchte nochmal aufgreifen, dass Sie vorhin gesagt haben, zu Ihren Hobbys zählt das Kochen. Nicht, weil mir jetzt Ihre Hobbys so wichtig sind, sondern weil ja da was ganz Wichtiges drinsteht im Kochen. Nämlich in dieser Achtsamkeit, die wir mit Lebensmitteln haben, dieses es begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe sehr gestaunt, dass ich in einem Interview gelesen habe, dass Sie auch selbst ein guter Konsument Ihres Konzerns sind, dass es zum Beispiel von Nestlé einen ausgezeichneten Kaiserschmarrn gibt. Ich kann gar nicht glauben, dass Sie die Eier und das Mehl und das Milch nicht selbst zusammenmixen. Ich mache das auch zum Teil selbst, das ist keine Frage. Also ich habe da kein Problem, ich mache meine Palatschenken schon selbst. Keine Angst für die Enkelkinder und so weiter. Aber wir haben ein sehr gutes Produkt, das in der Gastronomie sehr, sehr angebotet wird, wo die Mischung zwischen den Eiern und dem Mehl und dem Ding schon vorgemacht ist. Und das erlaubt mir, dass ich nur noch die Milch dazugehen muss und dann ist das vielleicht etwas schneller. Aber das ist ungefähr alles. Also sonst ist ja kein Unterschied. Was ist der Unterschied, ob ich jetzt da Primix oder ob ich das jetzt die Milch, die Eier und den Ding und dann selber mitmixen. Das ist nicht ein großer Unterschied. Kein Unterschied? Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin der Falsche, dass du beurteilen. Aber dann darf ich Sie doch abschließend für diese Sendung bitten, vielleicht noch ein Plädoyer für den Genuss zu halten. Denn das ist das, was wir jetzt ganz außer Acht gelassen haben und das ja ganz unmittelbar mit dem Thema Ernährung zusammenhängt. Ohne jeden Zweifel. Und ich glaube, dass man ein wunderbares Plädoyer für den Genuss halten kann, ohne dass man deswegen zwingend Tiere essen muss. Das sind zwei deutlich verschiedene Sachen. Und ich würde unbedingt ein Plädoyer dafür halten, so viel und so oft wie möglich gesellig zu essen. Und dass man tatsächlich das Essen selber zubereitet, egal wie man das zubereitet, weil ich mal einiger Zeit einen Vortrag gehört habe von einem Internet-Geschäftsmann, der erzählt hat, dass wir in Zukunft keine Küchen mehr brauchen, weil Amazon uns mit Drohnen beliefert, wo dann die fertigen Gerichte und so weiter alle schon kommen. Und das Schöne war, dass er meinte, im Fortschritt der Menschheit, wenn in Wohnungen keine Küchen mehr da sind. Und ich würde sagen, die glücklichsten Momente meines Lebens, da habe ich bei Freunden auf Partys und so weiter immer in Küchen verbracht. Die Küche ist kein funktionaler Raum, sondern die Küche ist ein geselliger Raum. Und ich sage noch mal, niemand kann alleine Mammut aufessen. Und in Gesellschaft zu essen ist der größte Genuss, den es gibt. Wollen Sie dem noch was hinzufügen? Nein, ich bin vollkommen dabei. Für mich ist die Küche das Zentrum meines Hauses. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich schaue in meiner Familie, dann verbringen wir wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit in der Küche mit der Familie, mit den Enkelkindern, mit den Kindern. Meine Kinder kochen alle sehr gut, besser wie ich sogar. Und das ist wahrscheinlich das, was die Familie auch zusammenhaltet. Und der Genuss kommt bei mir dadurch zum Ausdruck, dass wenn ich ganz gleich, was ich koche, mich anstrenge, um die beste Qualität zu suchen, dann ist das schon ein Teil der Zubereitung. Wenn ich zum Markt gehen kann und ich suche mir da ein frisches Ding und die kann mir das anschauen und so weiter, dann ist das schon ein Teil des Genusses, der Vorgenuss, wenn Sie wollen. Und der heißt für mich, die Qualität der wichtigste Punkt in der Ernährung. Gute, frische, gute Qualität. Ich bin der Meinung, das kann auch das Tierische mit einbeziehen. Aber um gute tierische Qualität zu haben, muss ich das Tier respektieren. Aber ich nehme mal an, dass bei diesem Zusammentreffen mit der Familie in der Küche es nicht nur ums Essen geht, sondern dass da noch ganz andere Mammuts erlegt werden. Herr Frecht, Herr Braweckle-Matte, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie meine Gäste waren. Meine Damen und Herren, ich sage danke für Ihr Interesse an der Sendung. Ich darf mich an dieser Stelle auch bei unseren Zusehern auf Dreisort verabschieden und Sie gleichzeitig einladen, auch nächste Woche wieder einzuschalten. Für heute auf Wiedersehen und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020